Musik 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 So, schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Wir sind heute mit unserer Aktion Tanzen am Bordstein in Gummersbach und besuchen jetzt gleich Carsten und Ina. Und wir freuen uns auch schon sehr, weil heute ja auch Nikolaus ist und wir wollen die zwei gleich mit einem Nikolaus überraschen. Wir kommen! Hallo! 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 Ja! Ja, hi! Hier draußen ist doch super! Mach dir erstmal so rein auf die Terrasse. Achso, ja, auf jeden Fall! Oh, hier sieht es aber schon viel aus. Wie wir heute Morgen gesagt haben, nach ein paar von den anderen Videos, wenn wir die Fenster aufmachen, könnten wir das eigentlich nur als Wintergärten definieren. Siehste! Ja, bei manchen Gärten wirklich Wintergärten mit so Dankbar. Ja, ja, ich weiß, wir haben ja... Genau, und das gibt es teilweise dann nicht. So, erstmal schön, dass wir kommen dürfen. Sehr gerne! Ja, das hat Melina und ich, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wir möchten natürlich auch für euch, die beiden. auch ein klein Nikolausi abschieben. Schön, so weit dran sind und schön Nikolausi auch. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Jetzt haben wir eben so die Boxer. Wir haben aber auch Kaffee, je nachdem. Ja, alles gut! Wir machen mal ein Foto. Können wir die Foto machen? Ja, klar. Ja? Mhm. So, Frau Melina. Ich nehme die Kamera am besten, damit du die Musik anmachen kannst. So, wir wollen nämlich jetzt mit euch noch eine Kleinigkeit tanzen. Was hast du denn im Angebot? Ich hätte einen Tata-Time angebracht. Oh, schön! Uns würde auch nur Grundschritt reichen. Aufgrund des Platzes nehmen wir alles. Ich putze mal ein bisschen nach hinten. Es ging nicht nur um Tanz. Nein, er wollte nicht ganz zählen die Augen zu sein. Wir fahren jetzt weiter zu Anton und René Swickowski und überraschen mich mal ein bisschen. Und ich habe schon gehört, die haben ganz viel Weihnachtsdeko. Darauf freuen wir uns. Und ich ging einfach mit und jeder einzelne Schritt hat mich im Herzen berührt. jaa, Hallöchen. Wohhh! 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 wohhhh! wohhh! wohh! Ja, das war's. Ja. Weiter geht es mit unserer Vizur Tanzen an der Borschenkante, mitten im Herzen von Engelskirchen. Es ist auch mittlerweile schon sehr süßer, aber Henrik und Peter empfangen uns sehr gerne. Wir sind bei Henrik und Peter und freuen uns, dass wir heute am Nikolaustag Ihnen auch unseren Nikolaus überreichen. Und die zwei stehen schon bei uns. Ich habe den Nikolaus gefunden. Das ist das Schöne, das macht ihr uns. Sieht die Herzchen und allem drin und dran. Wir freuen uns, dass wir uns zu euch kommen müssen, dass unser Laufsatz, dass wir hier sein dürfen. Wir haben noch mal einen kleinen Nikolaus für euch mitgemacht, sobald ihr Nikolaus ist. Wir haben das, einen Nikolaus für euch. Wir brauchen das gar nicht, der Lieke. Dankeschön. Das ist aber ganz allein meins. Ich teile nichts. Ja, danke. Genau, die Wettelern, die Nitzers, nämlich Dankeschön. Und jetzt mal mit Nikolaus. Ja, gerne. Ich will erst mal, guck mal, wir sind direkt am Rathaus. Ich will einmal hier zeigen. Nein, 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 nein. Also die Weihnachtsdeko bei euch ist sehr schön. Und hier auch mit Kürzen. Das ist schön. Und sogar mit Kerzen. Ja, toll. Okay, die driver noch mal wiederholt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier auf dem Herzer Berg und besuchen als nächstes Axel und Adi und freuen uns schon, denn Heimspiel! Danke, dass wir kommen durften, schönen Nikolaus Tag, schönen zweiten Advent, passend zum Ziel machen wir natürlich auch den Nikolaus für euch mitgebracht. Danke sehr! Ja, damit ihr eine kleine Freude habt. Sehr schön! Kann ich ein Foto machen? Bitte? Ja, komm her! Komm her in die Mitte! Achso, das ist schon so klein! Okay! Zah! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017